Hallo Hacking Freunde, heute werde ich in Random Among Us TeamSpeak Channel joinen und die Leute dort trollen mit Hacks, wie zum Beispiel, dass ich deren Account übernehmen kann und es so aussieht, als würden die hacken und nicht ich. Ja, wird ziemlich lustig, viel Spaß! Ja, ich bin tot! Oh, einer tot! Huch! Hilfe, ich bin tot! Mager! Mager süchtig? So! Okay, ja, warte! Was jetzt? Erzähl mal! Wer ist überhaupt Mad Mad Max? Das war kein New Reporter, das war ein Legends-Siegler. Ja, ja. Wer ist Max? Ja, wieso war das jetzt? Ja, keine Ahnung. Hä? Ich kenne mich grad gar nicht mehr aus. Ja. Hä, was? Max? Ja? Ja, was ist Max? Also, für die Aktion gleich rausvoten. Machs! Das war ein Miss-Click, war ein Miss-Click. So gewoten. Ah ja, ein Miss-Click. Okay. Ich skippe einfach was sonst. Einfach... Ah, nein. Hey! Also, Digga. Das war ich jamais echt nicht. Das warst du wieder! Ah, Digga! Alles klar! Ich war nicht mal in der Mitte. Hä, wie geht das überhaupt? Wieder Max hat einen Emergency-Siegler. Ist da nicht ein Cool-Dop für 30 Sekunden? Ich bin diese Aktion jetzt auch, wirklich. Digga. Ja. Das ist so Lüge, Brows. Max, du bist nicht lustig. Wolltest du nochmal die Tars anfächern oder was? Nein, ich war... Ich skipp jetzt noch, aber Digga, wenn du jetzt nochmal machst, dann hast du Probleme, Digga. Digga, hört sich an wie Subway-Zed, Digga. Wer ist Subway-Zed? Ja, Dig, da. Wer ist Subway-Zed? Wer ist Subway-Zed, Digga? Von YouTube, Digga. Echt? Was? Kann man von den Klicks abgreifen? Hä? Subway-Zed? Ja, ist so. Wer ist denn das? Mute. Minecraft-Hacker. Loan. Ah, perfekt. So, Digga. So, Digga. Ah, nein, es war... Max, Digga, du bist so... Digga, ich war... Hacker, hast du an? Max, hast du an? Also, das ist halt für ein Gerücht. Max, jetzt mal Realtalk. Also, nee. Also, er wird's wahrscheinlich nicht sein, aber trotzdem raus. Ich glaube, wir haben, glaube ich, einen Hacker in der Runde. Das kann sein, irgendwie. Also, ich bin wirklich nicht... Oh, was ist doch eigentlich, Digga? Ja. Ich wohnt jetzt rot, Alter. Ich wohnt auch rot. Digga, ich hab nichts gemacht, Digga. Ja, wow. Wie frech. Guck, die eine ist direkt tot, dann will der vielleicht damit reden. Oder das Leben ist ja so. Also, beim ersten Mal war ich so, aber der Rest, Digga, ich glaube, Digga... Da fliegt er. Ja, scheiße. Die Anzeige ist raus. Und ruft auf. Du ruft auf. Du ruft auf. Du ruft auf. Du ruft auf. Ja. Und ruft auf. Dann das nächste Teil. Und ruft auf. Ich brauche auch noch mal hier. Ich brauche dann... ich brauche sollst du nicht auf. Oh, was ist das jetzt hier? Grün hat gerade vor meinen Augenwingen getötet einfach Digga und hat sich self-reported einfach in electrical Ja ok, das habe ich auch gesehen, das habe ich auch gesehen Ja Colli, du bist auch, du standst nämlich oben rechts in der Ecke Es sind weiß und braun, vertraut mir, da haben wir gewonnen Was? Ich habe gerade die Task gemacht, wo man die drei Treatinger und dann auf der rechten Seite so klicken muss im richtigen Moment Und dass neben dir jemand gewendet ist und unter dir ein Leichen lag, das siehst du nicht, oder? Das war super, wahrscheinlich Digga, ich habe, so, ich sage es jetzt, ich sage es bis jetzt, ich habe eindeutig Grün gesehen, ich vote Grün Also, äh, Dunkelgrün, Dunkelgrün, ganz wichtig, Dunkelgrün, nicht Hellgrün Und ja, so sieht es aus im schlechten Messer Hat er gemacht? Der hat gekillt und self-reported, Mann Und so? Electrical Nein, ich bin es nicht, bitte voted Braun, ihr seht Also, wenn es nicht er ist, dann ist es Braun tatsächlich, aber so wie ich... Ja, ihr könnt, ey, beim nächsten Mal votet mich raus, votet mich raus beim nächsten Mal Ich bin es nicht Vote bitte Braun, ne? Also, da vote jetzt einfach... Das ist halt, no joke, schon eine harte Unterstellung, ne? Also, das Braunste ist, das ist echt unterständlich, aber... Nein, das ist Neukes Keine Ahnung Was du bist, so? Äh, Hellgrün, kannst du bitte voten? Ja, mach ich Danke Das war's mit dem... Ey, ich komme gleich wieder hier rein Meine Güte, seid ihr los? Junge Ah, schade, Digga Ja, dann war's Ja, dann war's Ja, dann war's Colin, wie los... Ja, ich will kick Ja, da ist Digga, wir haben gewonnen Was soll das denn? Wer hat so gekickt? Ja, was ist das? Ja, warum hast du nicht gekickt? Ich will kick, kick Okay, da war ich einmal mit... Ja 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 Und Alpha Wer hat sie denn alle gekickt? Was soll das denn? Wenn? Du war gekickt von... Ach... Okay, wer macht ein Neu-Lobby? Ist Handy-Gamer eigentlich hier drin? Ich glaube, das ist die Pack nämlich Ja, stimmt, der Handy-Gamer, der war spätzeros alt Halt's Maul Handy-Gamer wechselt die ganze Zeit seine Kappe Er wechselt extra Er darf das Sehr, 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 sehr brutal ermordet in Electricals Einfach durchgeschnitten Einfach am Stromkasten liegen lassen Oh Mann Wiese Zeit Ist auch ein Cheater drin in der Lobby, ne? Ah Ne? Ach, Digger, wer hackt hier? Halt's Maul Wer hackt hier? Warum solltet ihr noise? Warum solltet ihr noise? Warum solltet ihr noise? Handy-Gamer verbisst sich Ja, ist so Handy-Gamer, du kleiner Bastard, Junge Warum hackst du? Warum hackt man überhaupt in Among Us? Ja, ist echt traurig Ja, ist echt traurig Der einfach nur für Thunders-Gamer ist halt echt so Alter, ich war sogar im Poster und Handy-Gamer kam einfach zu Hause Ja, bitte, kick den einfach Der hat schon öfters mal gegeben Guck mal, was bist du denn für ein Anteil Hä, wenn ein Handy-Gamer im Poster ist, warum sollt ihr er denn? Ne, ich muss sie doch sagen, der ist ein Hacker, das ist gemein so Ernst, kurz mal kurz ein Merchants-Team-Meeting Noch mal kurz ein Merchants-Team Ja, mach ich, Warte Pass auf Pass auf Pass auf Merchants-Team-Meeting Und jetzt direkt, direkt, direkt oben hin und kick Direkt kick Wen denn, wen denn, wen denn? Der Handy-Gamer Kicken 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 bitte Cheatsquad.g Auf die, auf, auf die Seite guck ich jetzt erstmal So, auf die Seite Habt ihr den schon aus dem Team-Speaker kickt? Ja Ja, das ist die Map, die nur Huse will eigentlich spielen, aber egal Guck mal einfach, weil ich keinen Bock auf die Map hab Du Ich darf nicht einchecken, weil ich kein Orangensaft, weil ich kein Orangensaft verschüttet wurde Rot hat mich nicht Rot hat mich nicht Rot hat mich nicht Rot hat ihn vor mir gekillt Seid ihr dumm, seid ihr dumm wie da ein Hacker drinne Alter Ghost Hans Holt dem erstmal eine Familie und zweitens ist hier ein Hacker drinne, du Trottel Das ist Tobi Er ist so schlecht Er killt den Ich laufe ihm hinterher Schlecht right Euch ist schon klar, dass der Killcudo noch nicht mal abgenommen hat Wer ist hier der Hacker eigentlich? Ja, es muss entweder Angst oder Cookie sein Das ist dieser Rice, Digga Was? Wieso ich? Das ist nicht Rice Kann ich dir erklären, weil wir alle vorhin gerade eben zusammen gespielt haben Ja, es ist auch... es ist auch... Ja, wir haben alle gemeinsam gespielt Ja Asbach, Asbach ist es eher... Asbach ist der Hacker Ey, wer hat das gerade gesagt? Wer hat das gerade gesagt? Asbach, Asbach, Junge, der Typ sagt die ganze Zeit, es hackt irgendwer Ja, und jetzt hat er seinen Spammer angemacht unabsichtlich, glaube ich, Digga Was? Asbach, das ist nicht aus Junge, jeder der sagt, ich hoffe, dass du einen Autounfall hast, wirklich Der Hacker kann einfach... Digga, schaut mal in diesen Scheiß-Chat rein, der Typ Digga, was bist du für ein Hurensohn? Ich mach gar nichts, du sagst der Hacker Das mit dem Autounfall war ein Spaß, was sagt man, Digga Asbach, du Hurensohn Hacker, Digga Asbach, du Hurensohn Hacker, Digga Digga, der Erbsfeinder, ich werde dich so zusammen verschlagen Ich werde dich so zusammen, Digga, du bist so ein Scheißhacker Halt, ich werde dir in die erste Zahnreihe rausreißen Digga, du bist so offensichtlich, Digga Du hast deinen Spammer angemacht Digga, du bist so ein Trottel, weißt du das eigentlich? Jeder Hacker hat gefühlt einen Spammer und du machst den einfach an, du Autist Und, und willst dann noch erzählen, dass du... Sollte man sagen, wer ein Autist ist? Jemand, der sich Sachen einbildet, du Vollidiot Ich bilde mir den Chat ein, den man sieht, oder was? Junge, wie wär's, wenn du den einbildest, darfst du dich jetzt aus dem Chat mit verpissen, du Stück Scheiße Das wär getriggert Ja, die wär' ich so fett... Wie? Wie Subray ist das, Digga? Wer Subray ist das? Echtes Sub Das echte Sandwich ist hier Wie geht's dir so, mein Stimmwiedererkennungsprofi? Erkennst du den, was? Digga, wie hast... Als ob du mich erkennst! Als ob... Hast du früher meine Videos geschaut oder noch immer? Ja, hab ich geguckt Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, tschüss und bis zum nächsten Mal!